Herzlich Willkommen an der Österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention. Die Akademie wurde im Jahr 1984 gegründet. Unsere Aufgabe ist die Aus- und Weiterbildung von Arbeitsmedizinern sowie anderen mit Fragen der Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigten Personen. Wesentliche Geschäftsfelder sind die arbeitsmedizinische Basisausbildung, aber auch postgraduale weiterführende Studien. Besonders hervorheben möchte ich den Universitätslehrgang Arbeits- und Organisationsmedizin, den wir in Kooperation mit der Medizinischen Universität Graz durchführen. Arbeitsmedizin ist Präventivmedizin. Sie setzt dort an, wo wir den Großteil unseres Lebens verbringen, am Arbeitsplatz. Arbeitsmedizin sorgt dafür, dass Menschen durch ihre Arbeit nicht krank werden. Sie fördert aber auch die Gesundheit von Arbeitnehmern, damit sie gesund, arbeits- und leistungsfähig bleiben. Arbeitsmediziner beschäftigen sich daher einerseits mit dem Arbeitsplatz und seinen Einflüssen auf den arbeitenden Menschen, aber auch mit den Menschen und seinen individuellen Reaktionen auf diese Einflüsse. Arbeitsmedizin hat bereits viel Positives bewirkt. Die Zahl der Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle sinkt beständig. Sie besitzt daher einen hohen Stellenwert bei Unternehmen und deren Mitarbeitern. Trotzdem liegen in der Zukunft noch viele neue Herausforderungen, die von engagierten Ärzten und Ärztinnen in Angriff genommen werden. Im Wesentlichen kann jeder Arzt, jede Ärztin Arbeitsmediziner werden. Das Interesse an einer interdisziplinären Tätigkeit und die Freude am Gespräch mit Menschen, Mitarbeitern wie Unternehmensleitung sind neben der fachlichen Qualifikation die wesentlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit.